ja da sind wir wieder moin leute hey ho aber diesmal ohne rostem da er oft musste genau nicht etwa weil er nur bist das zählt beides als eines ja ich habe einen clown fisch neklaß findet nemo rettet die wale ich muss gerade überlegen was wollte er jetzt noch mal machen ok einen clown fisch kann man auch nicht brauchen also wofür sind die denn was willst du von mir das sind bestimmt voll die faggot fische ff's faggot fische faggot fisch ist ich brauche nicht mal sand weiter die kommentare oder sagt es mir jetzt vielleicht wenn jetzt jemand schon weiß was man mit clown fisch und kugelfisch macht genau das ist nämlich zu faul immer zu schauen wie was geht immer es einfach zu faul irgendwas youtube einzugeben oder sonst wird ich habe ein eisenschwert eh rostem hat meins immer noch wo ist der der hat sich ausgedacht ah ja stimmt alter rostem wenn du sagst du bist du bist tot naja ob ich die schon getötet habe aus der reisenschwert aber sind dort kommt aber wie zu liegen denn bei der da reisen würden derzeit das war da Creeper. Nice. Ich fand das jetzt grad nicht so nice. Ich schon. Genau. Aua! Alter! Wer war das? Ich weiß nicht. Was brettender. Alter, was ist das denn? Ist das dein Haus? Das wird. Das sieht ja auch noch geil aus, irgendwie. Alter, da ist ein Creeper. Sprengpulver, Sprengpulver. Ah, Mann. Oh, mein Gott! Da sind fünf drin. Reisentot. Alter! Boah! Alter. Das ist noch einer. Alter, ich hab nur noch ein Herz. Ich kann noch. Warte, ich töte ihn, hörte. Alter! Flo, hast du das gesehen? Ja. Da hätte man in der Aufnahme gesagt. Alter! Wie ich gejumpt bin! Ja, von da auf den Baum. Da auf den Baum. Da wär ich nicht auf dem Baum gelandet, wär ich tot gewesen. Du hast wahrscheinlich schon in deinem Leben an dir vorbeist. Genau. Mit der Hintermusik. Die of the Tiger, ein DDDD. Wieso das? Ich weiß nicht, Rocky ist ein cooler Film. Das stimmt. Wenn ich möchte. Ja, du magst du nie das coole. Ja. Ich sag's, eigentlich, obwohl ich's noch nicht gesehen hab. Ja, ja. Was'n los mit dir? Death Note, Rocky, alles das magst du nicht. Und wo ist mein Bett jetzt, ganz ernst? Ja, super gemacht, Creeper. Respekt an den Creeper, der mein ganzes Haus fast zerstört hat. Also mein eigenes Kapital ist ja gerade mal Null, ey. Äh. Oh, boah, hier! Jetzt reicht's aber dann. Oh Gott. Oh Gott, stirb. Stirb ganz schnell. Kannst du eigentlich polnisch? Ich hab noch ein Brot. Das dürfte dir noch ein. Ich weiß nicht, dass ich nicht gleich mehr gut fühle. Niklas kann zu polnisch? An sein kann man nicht fallen, sondern nicht sagt. Ich weiß ja nicht, wie oft ich dich das jetzt schon gefragt hab und auch schon wieder vergessen hab, aber ich frag dich trotzdem. Das ist ein Opfel. Oder ist das eine Nektrin in einem Siedeln? Der Opfel. Oh, da ist ein Zombie und ich hab nur noch ein Herz. Oh, das ist ein Herz. Ich hab nur noch ein Herz. Aber was ist cool, eine Doppeltür oder eine Einzeltür? Eine Doppeltür, ne? Kommt drauf an, was dann in der Mitte wär. Eine Doppeltür mit zwei Schaltern von den anderen. Die würde ich nur innen machen, sonst kann man das dann nicht rein. Alter, den goldenen Apfel macht man jetzt mit Goldbarren, ne? Ja. Alter, das ist so übertrieben. Und mit Goldblöcken geht auch einer. Ja, aber das ist Verschwendung. Ach, ich hab ja noch was zu essen. Das ist irgendwie so ein besonderer Grüne Apfel. Der bringt halt mehr. Ja, genau. Das war ich doch. Alter, das war zuer Mond bei mir. Ja, nice. So. Da kommen wir noch Scheiben rein. Leute, das Erste, was wir brauchen, sind Betten. Nach 21 Parts. Ähm, ich hab ein Bett. Ich glaub, du bist der Einzige. Äh, nein, David hat auch keinen. Nach 21 Parts. Nee, teilweise ist der Einzige mit einem Bett. Nee, Rüsten hat auch eins. Gut, wir sind die Einzigen mit keinem Bett. Mit keinem Bett. Nach 22 Parts, weil wir haben ja schon wieder einen abgedreht, haben immer noch nicht alle ein Bett. Hm, was doch. Das zeugt von Skill. Wir können schon einfach. Ja, ich sag ja, das ist ja, wir können es ja, wir aber nicht. Ich glaube, wir können es nicht. Ich glaube, wir müssen nicht. Das ist ein Liedsicht. Wie geht's dir so? Ich glaube, ich glaube, ich bin so schwer. Oh, hey, Enderman. Wie geht's dir so? so lange wie mein minecraft-männchen manche da jetzt schon durch macht ich würde da nicht mehr stehen wenn wir das noch war ich auf jeden Fall ich hatte mich an David waren irgendwie mal bei der Xbox Welt und viel Tage in der Höhle drin Niklas du hast doch ein Schwert da ist ein Enderman der will sterben der stirbt doch nicht gleich weil Sonne ist nee Enderman sterben doch nicht bei Sonne die sterben durch Wasser Whatsapp ich bin das ist die Lüge schreibt mir der Alex jetzt denkt er ist ein Franzose bestimmen was eine Zwerger er ist eine Nonskiler und dann mach mal bitte Fotos von PCB Hefteinträgen was er hat das geschrieben Sascha wie er sollst du machen wenn wir unter Südlöcher haben das ist sehr logisch ich bin doch nicht mal in deiner Klasse Sascha denke mal nach habe ich hier mich die Städte habe ich ein Mieter das Gefühl gehabt ich auch nachdem ich das sagt jetzt nur damit er nicht dumm dasteht aber nur noch bremst und zählen und damit ich soll ihm die Einträge vom Bremsweg und Trägheit schicken aber wir haben da unterschiedliche er hat und drück mal er hat sich in die Perspektive wenn ich daheim bin okay er fragt es nix ihr habt auch die selben Einträge da er sagt wir haben unterschiedliche das gerade eine hitzige Diskussion sowieso ja so wie es aussieht laber der Kaba ich schick's dir aber später ja weil ich habe jetzt keine Zeit weil ich bin hier noch voll am am töten ja ich töte Niklas ich töte Flo ich töte jeden ich klaue Niklas Stuff ich kann nicht mehr was dagegen tun weiss wunderbeautiful am Hausbrauen wunderbeautiful you know wunderbeautiful ein blödes Gelächter so jetzt habe ich erst mal mehr vor Lager verbaut ground and country vorwärts für Krone und Vaterland so noch ein bisschen irgendwie mag ich das Wort Vaterland hört sich irgendwie so cool hat jemand von euch noch zu treffen ich habe aber das vorliegt auch damit okay auch wenn man wieder tun kann oder habe ich kaputt mit mir aber mein Haus ist zu dermaßen hässlich aber dann bin ich weg und das kostet Geld der Schild Boah deutsche Sprache, schwere Sprache aber nein warte Fug ich glaube das ist dein Haus ne Klaas das weiß ne was da oben links ja Leute ich bin noch mal ganz kurz weg wegen Sascha's Fotos jo jo mein Haus ist so dermaßen mit Lungen ey wo ist das Eisen hin das ich gebrannt hab ne Klaas nein ich hab keine Tonnen für dich häusen nö du doch nicht ich weiß nicht wer dir das gesagt hat ich hab dir gehofft die hast du ihn vor ewigen Folgen mal reingelegt aber nein in dir nicht so jetzt kann ich das jetzt gleich mal sortieren so so ja was meinst du wie soll ich den Boden machen so wie du willst wolle dann was werdet ja wolle so Digga pack nicht so rum da draus so so zack dann machen wir hier mal Erde dann hier machen wir Kau Böbel und okay Boden sein Schaufel in die ja jetzt kann ich geil sein dann dann hier und Sand und dann noch Kies bauen wir irgendwann sicher noch eine Oh mein Gott ich bin so dumm jetzt hab ich meine Tieren praktisch weggebrochen den Boden da drunter weggebrochen Klaas was gibt's denn noch so ähm ah groß machst du mehr oder was ja hab jetzt schon gebaut muss grad noch besriften Kür oder ich bin besetzt genau hm ah die können ich so meine Freunde wie was sagt die Zeit sie wird aus 14 Wurte genau ich hab gesagt 7000 ok hm was noch ich wollte mir etwa erzählen das Mütrich hier in Russland klein heißt ist Aachen für diesen steinbraten auch mein Gott ich sollte ein Braten ich bin so dumm ich stehe im Garten hau und Horst mann haupt werden der Kölner hat man das wissen nur wegen meinem Anblick ich habe vorher über zwei ich hab keine Kölner naja kriegt was ja ii was ist dass wir waren ein eindertig war wort man das macht war auch immer ja auch ich weiß nicht so so um ein gewöhnlich die einfach kohle geben nö das wird auch bei dir so wie ich so denke auf 14 kohle bekommen d ja dann noch mal herr werden und wenn man einen er wird von der Nähe die wurde auch schon nach wobei von mir gesnurrt hat die habe ich vom Verbrauch Wasserflaschen kommt mit mir was ich weiß wie ich euch mein Eisen mit mir rumschleppt Katturz Alter Kai hat auch nix hier hast du noch was auf Flaschen geht es gar nicht soll ich Kai was schnurren und der hat gar nix nur Stöcke und Blöcke und Steine tatsächlich nix zu essen mach mal Kekse oder so viel schönes verwartete Sly fast neben deinen Diamanten Niklas komm mal raus geh zu meinem Haus wo hast du denn dein Truhenlager gemacht unten bei dem Donner ich überlegt gerade wie auch Gott der Trauer kann geben okay wo das so knapp nicht das erste Jahr bauen das sind die Kartoffele du brauchst einfach alles ab egal ob es reif ist oder nicht das ist echt schlaufe Niklas das ist sogar das unreife das ist du hast mir die Kartoffel abgebucht so so pflanz die Kartoffeln wieder hin ach ja und ich sag dir dann kannst du bleiben ähm wie lang gar nicht mehr so lange wie du willst ja das nimmt mein Däppchen oder wenn man okay pflanz eine Kartoffel wieder hin so wird warten wer jetzt die zu und du pflanz die an wie pflanz eine Kartoffel hin ich hab keine Kartoffel natürlich ah ich hab da dringend eine Kartoffel siehst du das ist meine Kartoffel Alter so hör auf damit ich mochte das war nicht ich wirklich wirklich das hat nicht so mehr in den Ohnen wehgetan tja selbst schuld und bevor dann hier sollte das Viecher spawnen durch so mal fucking reinsetzen denn das war's schon wieder mit der Folge ja ich muss jetzt eh weg ja das heißt das war's mit einem Aufnehmen von Minecraft haben wieder zwei Folgen wenig hinzu aufgenommen ihr habt den Kommentar nicht vergessen ja ich bin Gaia und war krass oh ja und zwar richtig krass der Bammler so und ich würd sagen bis zum nächsten Mal haut nicht auf mich Alter deine Lache ist ja furchtbar ich war level 6 die Lache ist ja furchtbar Flo das war der Teufel gerade wir müssen mal das ganze Zeug raus ähm ja Alter warum hast du die ganze Zeug verstreut ich weiß nicht ist die Folge jetzt eigentlich schon aus? ähm nein noch nicht äh das Brot die Türen die Angel Oh Gott Gott Fick dich, Alter! das war Karma ähm Alter ähm ja das war so ziemlich oder warte nein es fehlt noch ganz viel äh 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 Stein genau so normaler Stein Alter normaler Stein so die Ländler guck mal du hast doch noch Koppel tu mal hier das Loch stopfen Alter Lecher stopfen bin ich gut egal wie groß die sind und dann noch da zwei hinbauen ah sorry auch der im Sand hier danke ok hab ich hier ja ich hab genau eins auch noch auch so ganz kleine ja wie deins das war sie doch oder? ja das war's bis zum nächsten Mal und auf dir bald ciao oh bitte teorie teorie